Ich habe ja schon mal einen geilen Backstage klargemacht. Die freuen sich auf die Denkmalsgeschützten. Aslefasnacht. Gäbli, Piccolo, Larven, Schnitzelbank. Schnitzelbank? Ja, Schnitzelbank. Diese kurzen, humorvollen Verschen, die meistens von verkleideten Menschen vorgebracht werden und aktuelle oder die grossen Themen vom Jahr thematisiert. Kennt man das? Nur ein Problem haben diese Schnitzelbank. Es wird immer gegen Zürich geschossen. Er hat Zürich gesehen, das Vater in Zürich ernten. An die Fasnacht kommen scheinen es auch Leute aus Zürich. Oder gegen diese Deutschen. Wo bezahlen immer die Zechen? Aus diesem Grund haben wir auch unsere eigene Schnitzelbank gegründet. Das ist gut. Insgesamt haben wir drei Masken. Narven. Narven? Nein. Nicht ein Fasnacht. Die ist für dich. Du bist die Frau. So bist du öfters hier. Zusammengesetzt sind wir aus den Hassobjekten Nummer 1 von den Bastlern. Zürcher und Deutscher. Die Denkmollgeschützten. Du kommst hier hin. Ja, wir sind die Bank. Oh ja, schön, dass ihr da seid. Kommen wir gleich rein. Die finden das geil. Wir kommen direkt zum Zürich. Machen wir den ersten Auftritt. Ja, sie hat gesagt, bis jetzt war es gut. Aber wir haben auch noch nicht gespielt. So. Alle miteinander. Wir sind die Denkmollgeschützten. Bitte nicht anlegen, es könnte etwas abbrechen. Zeigen. Was ist? Die Uriella hat es schon ein paar Mal gesagt. Die Welt geht unter. Nur passiert ist es nie. Wir leben gesund unter. Vor kurzem hat sie dann noch ein letztes Mal prophezeit. Nur passiert ist wieder nichts. Ja, dann gehe ich halt alleine. Verstehst du was? Facebook, YouTube, Instagram. Amazon und Google. Kommt ihr losen alles mit? Ich bin doch kein Double. Letzte Leute zusammen durch. Der Zuckerberg, es ist zur Brille. Er sagt, du warst gerade auf dem WC und hast vergessen zu spielen. Denkmollgeschütz. 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 Sagt der eine Ornithologe zum anderen. Ja, schau jetzt auch mal da. Das ist eine völlig neue Vogelart. Du kannst mein Fernglas haben. Nein, das ist keine neue Vogelart. Ich schaue doch da gerade rein. Das ist nur ein Doppeladler vom Gscherdan-Shakiri. Du schaue doch an den Berg. Da fliegt der Tante Ju. Ich glaube, wir sollten verreisen, weil die Kunde von der Suhr. Das Internet macht uns alle dumm. Es ist zum Verzweifeln. Der Klimawandel ist gelogen. Und die Erde ist eine Scheibe. 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 Impfen macht auch Rissisch. Das leise Interspalte. Du musst auch deine Kinder impfen. Nur wenn die, die du behalten möchtest. Dankeschön! 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 Ja, letzten Freitag bin ich spät ins Büro gekommen. Mein Chef ist glatt durch die Decke. Ja, es tut mir wirklich leid für die Verspältung und die letzte. Ja, wissen Sie, meine Kinder müssen demonstrieren für das Klima. Und ich musste sie herfahren, weil der Geländewagen einharrt. Ja, es tut mir leid. Es fällt uns wirklich gar nicht leicht. Wir müssen euch etwas beichten. Fasnacht ist ein glatter Kumpel. Aber ihr? Ihr seid die weichsten. Wir haben euch hinter das Licht geführt. Und das ziemlich grob. Wir zwei sind nämlich Zürcher und unser Gitarrist ist Schropp. Wuhuuu! Wuhuuu! Merkt mal Schutzenkopf! Sorry wieder! Es hat uns riesig Spass gemacht. Wir kommen jetzt sehr, sehr gerne nächstes Jahr wieder aufs wunderschöne Basel. Bis dahin nicht vergessen, Easy Magazine unbedingt auch auf YouTube abonnieren. Ich hoffe, es geht weiter auf uns, wie Panische ist denn bekanntlich. Ich freue mich gratuit! Ich typically liebe dich gratte! während die 3-bindersionte angst